So, hi ihr Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video, Teil 2, heute wieder mit Keri und was heißt wieder mal, ja wieder, was heißt wieder, ich weiß schon ewig nicht mehr wie die ja hier in Youtube, auf jeden Fall, bald hier mehr Teile mit Keri, bald daumen nach oben, au, fuck, auf jeden Fall, wir haben die Webseite eher auf jeden Fall, schaut mal beim ersten Teil vorbei, das sind auch ein paar lustige, fangen, okay, und ja, ich würde sagen, dann fangen wir an, und, ja, und Keri wird dann, und Keri fängt mit der ersten an, oder, oh ne, ich muss gar, ähm, ja, wer würde eher mit einem Transporter nach Golden Hills, obwohl er nach Verpinta wollte, auch wenn es kein Ding nach, Ding gibt, nach Golden Hills, okay, drei, eins, zwei, drei, echt, du, aber wir haben ja auch, voll, zum Beispiel, aber, das ist ehrlich gesagt, ich hab nach Verpinta getrückt und ich bin nach die Grobe gefahren, ja gut, äh, nee, wir haben jetzt keine Zeit, und tschüss, alle sind jetzt runtergeflogen, ha, oh ne, nur nicht weit, okay, 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 du bist, ähm, ähm, wer würde eher laufende Transporter nach Golden Hills? Oh Gott, also, es ist ja gesagt, wer würde eher in der Stadt los singen? Ja, eins, zwei, drei, hey, das singt er hier die ganze Zeit, also, sie soll das schaffen, wie wir sind, Baby, Baby, oh, nein, okay, schaut mal bei ihm vorbei nicht, okay, meine Frage ist, wer hat schon mal Klingelstreich gemacht? Ich weiß, bereit? Eindeutig. Ähm, ja, du bist, ähm, wer würde, ähm, eher alle deine Pferde in, äh, in der Stadt ausleihen? Ach, ich denke, wer würde eher, ja, die ganzen Pferde, ich weiß, ob sie wird auch gehebt. Ach, ich weiß, ob sie wird auch gehebt. Ach, ich weiß, ob sie sagt, der würde die ganze Pferde mit Stark, oder? Mit Stark, oder? Zum Level bringen. Ah, er würde die Pferde auslevellen. Eins, zwei, drei. Ja, also, ich glaube, das ist auch Kehrig gesagt, oder? Ja, weil, hallo, wenn man Heimatschein-Video angeguckt hat, der weiß, Level faul. Kehrig, ich weiß nie, sei dafür. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, die nächste Frage ist, ich muss kurz überlegen, ich, oder? Ja, du warst mit dem Level. Ähm, wer würde eher den Lehrer sagen, Hi, ich bin schwul. Was? Ja, das ist ne, ja. Eins, zwei, zwei. Alter, nee, Alter, ich hoffe, es muss nicht sein Paus meiner Klasse, dass wir es gucken, ne? Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Oh, du bist wieder, ha, ha, ha. Was? Wenn man nicht dick wird, oder mit dick? Nein, ohne dick werden. Okay. Aber soll ich nicht an dick werden? Ja. Ich bin auch überhaupt nicht schlecht, oder so, oder? Okay, eins, zwei, drei. Hallo, richtig, komm rein. Hallo, natürlich. Hallo, wenn man nicht dick wird, dann möchte ich auch jeden Tag in Burger King gehen. Okay, nee, lieber Mac. Okay, eigentlich handelt sich die nächste Frage, ja. Wer würde eher in Burger King gehen? Oh mein Gott. Willkommen im Club. Also, ich war da mal, aber nie wieder. Eins, zwei, zwei. Nee, 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 nee. Ich finde das schön, schlau. Ja, das Fleisch, finde ich, schmeckt einfach zu nach Fleisch, irgendwie. Also, was die Nachbarn jetzt für mich denkt, mit wem redest du? Äh, okay, du bist. Ähm, der würde eher berühmt werden. Berühmt? Ja. Hm, okay. Also, wie gesagt, wer würde eher berühmt werden? Eins, zwei, drei. Nee, 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 nee. Ich glaube, ganz ehrlich, ich möchte es auch gar nicht weiter. Ja, nee. Hallo, ich sage mal, wenn man berühmt ist, hat man kaum Privatsphäre einfach und ich sage, es waren nur YouTuber, die jetzt größer sind zum Beispiel. Kennst du jemanden? Ja, wie, wie das Tutipad ist oder so, sage ich mal. Ja. Nein. Wer würde von uns beiden eine Woche lang keinen Swastable mehr spielen? Okay, eins, zwei, drei. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja die letzten Tage eh nicht so viel online von dem her. Ich glaube, ich bin jetzt in zwei Wochen fast online. Ja, toll. Okay, du bist. Ähm, wer würde eher im Bus anschauen, das weiß ich nicht. Okay, eins. Ach, wie gesagt, wer würde eher im Bus schreien? Eins, zwei. Ja, du ja auch. Ja, also, warum auch nicht eigentlich? Man wird ja freundlich sein. Okay, jetzt sind wir wieder mit dem kleinen Katz. Sorry. Ja, meine nächste Frage ist, die letzte Frage aller Zeiten ist, lass mich überlegen. Ich habe mir jetzt, ähm, wer von uns beiden würde eher die Freundschaft kündigen? Oh Gott, Alter, ist das ernst? Ja. Ach, du scheiße, ich weiß nicht. Äh, ich auch nicht, irgendwann, also, ich hätte keinen Grund, irgendwie. Oh, Mann, dann. Oh, nein, jetzt habe ich in der Eine, jetzt habe ich die Unterricht nicht gesetzt. Oh, super. Ähm, ich glaube eh, ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Aber... Alter, bist du denn irgendwie hinterher? Ja! Ich habe es. Ja. Ja. Oh, Reizkater, da freue ich mich. Eins, zwei, drei. Ja. Geil, yeah. Auf jeden Fall. Das war auch die letzte Frage. Falls ihr an dem dritten, vierten, den fünften, den sechsten, den siebten, den achten Teil keine Antwort, dann lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben. Wir hatten auch noch eine geile andere Idee. Was hätten wir noch für Ideen für Videos? Vielleicht nochmal Bugs? Das kam auch mega gut an. Oder nochmal, falls ihr euch wieder was konsumiert habt. Ja. Auf jeden Fall, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos mit der hübschen Keri wollt. Yeah. Auf jeden Fall, ja. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und ja, ciao.